Was wird Ihrer Meinung nach am meisten bei einer Gebäudesanierung unterschätzt? Bei der energetischen Gebäudesanierung wird momentan vor allen Dingen die Gebäudehülle unterschätzt. Bedingt durch die politischen Entscheidungen in Berlin ist es ja so, dass momentan der Fokus auf Anlagentechnik liegt, also auf Wärmepumpe beispielsweise. Und das A und O ist erstmal die Gebäudehülle bestens zu isolieren, damit am wenigsten oder so wenig wie möglich Energie verloren geht.